Hallo, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Serrano, einem Serrano Reserva und einem Serrano Gran Reserva? GAL ZEIFER, die reife Zeit. Unser Serrano reift elf Monate, unser Serrano Reserva reift zwölf Monate und der Serrano Gran Reserva reift sechze Monate. Aber lecker sind sie alle. Macht doch mal den Test. Welche schmeckt dir am besten?